Warte, du musst erst mal sagen, wenn es losgeht. Ja, warte. Hallo, du liebe YouTube-Welder draußen. Ich bin bei meiner Schwester und ich möchte euch mal jemandem zeigen, der für euch vielleicht interessant werden könnte. Das ist nämlich mein Neffe. Gut aussehend, jung, intelligent, muss da selber lachen. Und wir planen gerade zusammen einen Urlaub. Sag mal was. Sag mal Hallo. Hallo. Was machst du so Hobby-mäßig? Fußball. Hast du eine Freundin? Nein. Möchtest du denn eine Freundin über YouTube finden? Du musst Ja sagen. Ja. Ja, genau. Wie ihr seht, wir haben eine hübsche Familie. Guckt nicht so böse. Ja, den habt ihr letztes Jahr schon mal an Weihnachten gesehen. Ja, und... Aber wir nehmen da auf Euro. Was soll ich da? Und dieses... Meine Schwester sagt gerade, er ist dieses Jahr sogar 20 Zentimeter größer. Und jetzt sag mal was Nettes an die YouTube-Mädchen. Gib mal so einen guten Ratschlag. Wodrauf stehen Jungs in deinem Alter? Stehen Jungs in deinem Alter auf blauen Lidschatten zum Beispiel? Nee, auf Call of Duty. So Mädels, in diesem Sinne, lernt Call of Duty spielen, wenn ihr auf so Typen steht wie mein Neffen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Over and out.